Die sechsachsige Baureihe Die schwere Güterzuglok entstand ab 1957 bei Krupp und Krauss-Maffei. Sehen Sie seltene Bauszenen aus den Werkhallen bei Krupp. Betriebszenen aus den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren machen diesen Film zu einem Erlebnis. Auch das damalige E-Lok-Ausbesserungswerk in Opladen haben wir für Sie in den 80er Jahren besucht. Sehen Sie die letzten Einsätze im Schiebedienst. Auch die heutigen Museums-Loks E50091 in Koblenz und 150186 fehlen natürlich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017